So, wir sind mal wieder auf Sendung und wollen euch jetzt eine neue Flagge vorstellen, die in Handwerksarbeit an Bord fabriziert wurde. Nicht von mir? Nee, aber von uns als Crew. Und ja, dann stell doch mal vor. Ja, also die Fahne ist ja die vom Segelfein WLS. Das ist ja nicht das Ding, das wissen wir ja schon. Aber hier haben wir etwas Neues, das war, wie man unschwer erkennen kann, eine Pfote. Ja, und zwar ist das genau der Abdruck von unserem dritten Crewmitglied, nämlich Lea, was uns ja jetzt schon fast vier Wochen begleitet. Und jetzt haben wir es endlich geschafft, diese Flagge zu nähen. Und jetzt kommt die ran. Ganz genau. Wird gehisst. Dann geht es jetzt hoch. Ja, ich sehe, ah, so weit. Ja, genau, so weit ist es schon. Super, es muss nur noch zu sehen sein. Und? Es ist ein bisschen schwer, vielleicht zur anderen Seite. Es wird sich ein bisschen verdattelt, aber das wird der Wind schon richten. Okay, und dann haben wir jetzt noch vier Wochen Segelzeit mit Lea vor uns und wollen von Nordköping nach Kalmar. Und hoffen, ein bisschen in etwas geschütztem Gewässer sie nicht ganz so sehr den Wellen auszusetzen. Wir schauen mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.